88 Hektar idyllisches Golfland Der bestens gepflegte 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser in Elmau hat sich zu einem Vorzeigeplatz 1. Klasse in der österreichischen Golflandschaft entwickelt. Qualität war hier von Anfang an oberstes Gebot. Die Anlage fügt sich perfekt und harmonisch in die vorgegebene Landschaft ein und das Golfspiel wird im Umfeld des gewaltigen Felsmassives Wilder Kaiser zum faszinierenden Erlebnis. Der Golfplatz setzt sich aus dreimal neun Löchern zusammen, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Die Bahnen sind nicht steil und charakteristisch verschieben. So bietet sich dem Gast ein abwechslungsreicher Golfurlaub. Im Clubhaus finden Sie alle Einrichtungen, um sich wohlzufühlen. Das urgemütliche Club-Restaurant und eine großzügige Terrasse mit wunderbarem Blick auf den Wilden Kaiser. Das ist die Anlage für 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 die Anlage Vielen Dank.